Tschüss, Petra, hab einen guten Flug und komm gesund wieder. Moment mal, das Flugzeug, das in den Horizont fliegt, bringt mich auf eine Idee. Das Flugzeug wird immer kleiner, je weiter es weg ist. Aber es hat immer die gleiche Form. Das erinnert mich an Ähnlichkeit. Das Flugzeug bewegt sich scheinbar auf Linien, auf einen Punkt zu. Damit könnte man vielleicht ähnliche Figuren konstruieren. Zuerst zeichne ich eine beliebige Figur, zum Beispiel ein Dreieck. Anschließend zeichne ich von den Eckbocken aus jeweils eine Linie, die zu einem Punkt führt. Und nun die dritte Linie. Und nun markiere ich die Mittelpunkte der Strecken. Und verbinde dann die Punkte. Und das Ganze wiederhole ich dann nochmal für die dritte Strecke. Und fertig ist das verkleinerte Dreieck mit ähnlicher Form.